So, ich müsste dann theoretisch... ...Rugleuchtturm. Ich könnte es ja hierhin erstmal versuchen. Ist natürlich nur ein komplett feines Gebiet. Okay, ich kann es ja zumindest mal versuchen. Was? Erstmal hier. Weil ich's kann. Was? Jetzt dreht ich den da nach! Schau! 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 was nochmal da. Okay. Die zahlen mir einfach nicht genug für die Schrauben. Guck dir, Schrauben! Toll. Hey, der Leuchtturm sieht ja cool aus. Oh. Peinlich. So, der Leuchtturm sieht ja cool aus. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ja fast ein bisschen eifersüchtig. Also eifersüchtig deswegen, weil da garantiert Gegner rum sind. Aber ich nicht. Natürlich, ganz oben. So. 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 Ein Sieger! Vorsicht! Ich versuche, das Geschütz zu kommen! Ich werde es mir holen! Wo bist du? Das ist aber echt nicht euer Ernst, oder? Das ist aber echt nicht euer Ernst, oder? Ich weiß nicht, ich habe Jason verloren. Da geht's dir die Belohnung! Ich glaube, du geschützt der Luft! Jack the Ripper, Baby! Wo bist du? Ich finde dich doch, Jack! Der kleine Brody ist weg! Wir sind in einer halben Minute da. Wir kommen von Norden. 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 Hallo? Wir kommen von Norden. Wir kommen von Norden. Wir kommen von Norden. Okay. Das war jetzt echt übel. Ganz, ganz übel. Alter, halt bloß die Schnauze. Wie der hier die Sprüche klopfer, weißt du? Da gibt's denn alle über den Haufen schießen, die blöden Männer. Wer ist der Mann? Ich. Wer ist der Mann? Ich. Oh, gleich die Kniescheine wegschießen. Wer ist der Mann? Ich. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ihr Säcke. Okay, wo geht's denn da rein? Oben? 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 Nee. Ich suche die Tür. Wo ist die Tür? Ach da. Ach Gott. Ja. Wird Zeit, dass die Insel wieder uns gehört. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, Munition, ja. Hat auch ein bisschen mehr, als ich dachte, ausgegeben. So, ja, hier haben wir auch wieder was. Oh, wir haben eine ganze Menge. Ja, es wird aber, es wird aber. Guckst du. So. Oh ja, es wird aber. Ich muss, ich muss mich wieder darum kümmern. Dass das dann... Naja. Wo war ich denn jetzt? Sturmgewehre habe ich, glaube ich, auch alles. Ah. Jawohl. Gut. Ich glaube, Sturmgewehre war auch das letzte. Oder? Ach, die hat keine. Okay. Meine ausgerüstete. Hat keine? Okay. Erweitertes Magazin. Kaufen. Beleuchtetes Zielfernrohr. Kaufen. Hat nix. Na ja. Optisches Visier. Rück mal her. Und Visier. Hier per Reflexvisier. Sack. Auch meins. Granatwerfer. Hat der auch einen Aufsatz? Hallo? Warum kann ich den nicht anwählen? Also. Es kommt noch nicht mal das Tab. Dass ich... Dass der nix hat. Moment. Anpassen. 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 Außer dass die Schrift bei kaufen sich anpasst. Passt sich da nichts an. Spezielles. Die hat nichts. Scharfschützen. Ziel. Ja gut. Probieren wir das dann mal aus. Jetzt hat der Flammenwerfer. Nix. Okay. Einzigartige Waffen. Die sind... Ja die sind voll ausgerüstet. Das doch. Na Kampfwaffen. Jetzt kann ich schon wieder kein Geld mehr ausgeben. Aber definitiv keins mehr. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Ja. Jetzt ist hier doch alles grün. Guck dir das an. Das ist doch schön. Okay dann. Gucken wir mal wohin mich die Jagdquest führt. Mal sehen was diesmal ist. Unsere Arbeit geht weiter. Wenn du die Aufträge von der Aushangtafel... Wir sind noch nicht fertig. Kannst du dir die Sachen an der Aushangtafel ansehen? Ja. Kann ich machen. Jage drei Bären an ein angegangenes MP. Drei Bären mit einer MP? Oh. Bin ich jetzt Goldlöckchen? Wo ist denn das? Da. Okay. Gehen wir mal erstmal da hin. Vielleicht geht's der Familie gut. Aber hierher zu kommen war ja echt fies, ey. Die einzige Brücke, die ich hierher geführt hatte. Erstmal schön besetzen, die Säcke. Was? Achso, da. So, das hier ist Bärengebiet. Hab ich gelesen. Hier feiern wir eine Big Party. So. Okay, da. Bisschen versteckt da hier, wenn man so schaut. Das ganze Haus ist nur in der Attrappe. So, und dann gibt's... Wahrscheinlich eben Wasser. Ja. 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 Ach, Jungs, werdet erwachsen. Okay. Dann werde ich auf dem Weg zur Jagd. Ich weiß mir doch schnell das hier oben. Oh, was ist das? Ja, aber er verfolgt mich nicht. Okay, gut. Neh, mal hier. Und da. Gut, ja. Super. Haben wir das auch? Dann gibt's ja... Hm. Ist da hier noch was? Oh, das gab ja da hinten noch was. Wahrscheinlich aber eine Höhle. Schätze ich jetzt mal. Immer gegen die Strömung schwimmen. Äh. Dann wohl hier so. Und das Artefakt? Wo war das? Soll doch auch hier ganz in der Nähe sein. Gleiche Höhe. Ah, ja. Naja. Mini-Höhle. Hm! Einmal das. Hallo? Klatsch, klatsch, klatsch. Ah, ja. Und du auch noch. Oh. Okay, geht auch nicht weiter. Okay. Nice. Dann, äh, ehe ich da oben weitergehe. Wohl, das lohnt sich ja eigentlich. Könnte ich ja hier rum über die Brücke und dann da landen. Okay, alles klar. Ist gebombt. Jo. Alter, rieck dich ab. So. So. Ich meine, das war eine ganze Stadt, die ich gesehen habe. Hat ein bisschen was reingebracht. Nichts. Na, guckst du. Hier kann man ein bisschen Spaß haben. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Ja, lief ganz gut. Ein paar haben sich gegenseitigt angefangen. Into Urten. Fähr dich doch. Na los. Wer der... iles. Ja, das war doof gewesen. Da hätte ich mich ein bisschen umgucken müssen. Ja, ich glaub dir das, aber ich finde dich zuerst. Schade. So, also hier gibt's was, jawohl. Und hier dritten. Sehr gut. Ah. Das ist doch auch nicht. Hm. Das ganze Fischerdorf hier platt gemacht, so wie es aussieht, die Säcke. Okay. Den kann ich aber nicht ausnehmen. Doch, konnte ich gerade. Ja, ich nehme jetzt aber nicht die Leichne aus hier. Also die, die... Die Fischer. Die Fischerköre. Ach, guckst du. Hier bin ich. Das kommt mir mir bekannt vor. Hier war doch der Hübschrauber. Jetzt komm ich's. Jetzt, jetzt. Nein. Jetzt guck, wie ich das bekomme. Was geht hier los? Ach Gott, hier ein Tiger. Reg dich ab. Oh, da. Putsch, putsch, putsch. Hey. Aha. Ja, komm. Reg dich ab. Okay. Super. Geh die ab. Kann jetzt hier hin. Na, dann mach ich das drauf. Okay. Drei Bären mit ner MP. Da oben. Ach, schön. Sehr schön. Äh. Okay. Noch höher. Okay. Mit ner MP, ey. Das ist, ach, das ist doch echt lächerlich. Drei Tiere. Ja, ja, du mich auch. Ja, du mich auch. Oh. Äh, achso, ich hätte gerade eine Granate geworben. Okay, zwei. Ach, in der Höhle ist keiner? Oh, das ist hart. Na gut, wo ist der nächste? Ja, super. Ja, super. Gut, ja, dann werden wir nochmal ein bisschen, ne, hier Medizin herstellen. Was ich ja irgendwie brauche, ich weiß auch nicht, was los ist. Braucht ich jetzt, was brauche ich jetzt? So, und dann werde ich jetzt nochmal hierher zurückkehren, damit ich meine Waffe tauschen kann. Die Leute, die blöde MP nicht mehr haben. Das ist doch doof. Achso. Das bitte ausrüsten. Da hin. So. So ist doch besser. Yeah.